Hiho und willkommen zurück, mein lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Breath of Winter. Ja, wir bereiten uns jetzt gerade hier auf unseren Angriff auf die Frostwölfe vor. Unsere Truppen stehen dafür schon fast bereit, die letzten kommen gerade. Währenddessen tun wir nochmal ein bisschen Reconnaissance, sag ich mal, machen. Da kommt nämlich schon die nächste Truppe vom Frostwölfen angewatschelt. Ja, wie gesagt, erst das hier ausschalten. Da müssen wir das hier ausschalten und hoffen, dass die von da hinten nicht alle angerannt kommen. Das Problem ist, es kommt immer ein unendlicher Strom an den Gegner. Fort, fort mit euch. Elends Segen. So. Mir nach. Und los. Das heißt, wir gehen jetzt zum Angriff über. Und los. Mir nach. Folgt mir. Sofort. Speigernsicherheitshalber mal hier. Sofort. Mir nach. Folgt mir. Kämpft Männer. Wir müssen halten. Wir werden angegriffen. Dann halten, wenn Männer los. Für die Rune. Unsere Eisschützeln haben ziemlich sehr hohe Reichweite. Schwestern. In die Schlacht. Sie kreisen uns ein. Auf meinen Befehl. Sofort. Schnell. Und los. Ja gut, das hat jetzt schon mal recht gut geklappt. Vorwärts. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem. Der Angriff. Auf den Gegner. Und los. Folgt mir. Ein Glück scheinen wir zu haben. Das scheint Waldland zu sein. Das heißt, Elfen kriegen hier Bonus. Mir nach. Wohlen wir zu mir, Amias. Geht weg. Die Diener der Nacht sind hier. Sie kreisen uns ein. Okay, die ersten Nahkämpferinnen fallen. Wehrt euch, Schwestern. Wie gesagt, solange wir die da hinten nicht noch mit agonen. Sie kreisen uns ein. Ist alles gut. Wir sind in Gefahr. Es sind zu viele. Feinde. Zu den Bögen. Wir sind in Gefahr. Sie kreisen uns ein. So, machen wir die zwei Gebäude kaputt. Können wir schon bei 1. Wir sind in Gefahr. Porno. Entzündigen. Feinde. Zu den Bögen. Wir sind in Gefahr. Wir sind in Gefahr. Es sind zu viele. Gegner. Vorsicht, Gegner. So. Ja. Folgt mir. Das heißt, es gibt erst mal einen strategischen Rückzug. Mein Bogen für die Ruhne. Mein Bogen für die Ruhne. Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Ja, anders werde ich das nicht hinkriegen, außer mit Angreifen, dem Gegner Gebäude zerstören und dann mich zurückziehen. Befehlt. Was soll ich tun? So, machen wir es so. Habe ich eigentlich die Forschung hier gemacht? Ja. Ich hoffe einfach mal, dass durch die Bäume und der grüne Boden das hier als Weitgebild zählt. Wohin soll ich gehen? Rasch wie der Wind. Seid auf der Hut. Was soll ich tun? Befehlt. Ich höre. Befehlt. Befehlt. Ja. Das sind andere Heilerinnen jetzt. Bessere. So. Elends Segen. Schnell wie ein Pfeil. Lena ist wieder vollständig geheilt. Wahrscheinlich durch... Heilerin. Was ist euer Begehr? Ja, unsere Jäger haben jetzt kein Jagdwild mehr. Das heißt, was Nahrung reinkommt, müssen wir uns mit den Bären begnügen. Oder hier drüben irgendwann eine Jägerzunft errichten. Und sie da noch das Wild jagen lassen. Geht weg! Elends Segen. Elends Segen. Ah ja, den ersten Ansturm haben wir überlebt. Bereit und los. Mir nach. Folgt mir. Das heißt, sicherheitshalber nicht Startbenüfe speichern. Für die Rune! Vorsicht, Gegner! Geht weg! Stand halten, Männer! Wir sind in Gefahr! Auf meinen Kommandant. Mir nach! Kämpft, Männer! Rodenkrieger zu mir! Schnell! Dann halten, Männer! Mir nach! Und los! Zur Ehre Aonius! Die Angriffe nehmen zum Glück auch ein bisschen ab. Gerade. Wahrscheinlich haben wir jetzt mal den Punkt übersprungen. Ja! Vorwärts! Schnell! Es gibt ja immer diesen Punkt, wo die Spawn-Rate mal für eine Weile etwas sinkt. Damit wir hier nicht zu sehr Powergaming betreiben können, nehme ich mal an. Entweder das oder... Weil das Spiel dann sofort ist und sagt, hey, du kommst nicht weiter. Hier hast du mal ein... ...ein Handicap. Hier! Das ist ein Hinterhalt! Mir nach! Und los! Vorwärts! Schnell! Schnell! Vorwärts! Folgt mir! Für die Freiheit! So, jetzt müssen die weg. Die Linien müssen halten! Vorsicht! Gegner! Wir sind in Gefahr! Auf mein Zeichen! Und los! Die Diener der Nacht sind hier! Mir nach! So. Und los! Ja, jetzt müssen wir uns mit denen anlegen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wart, wart mit euch. Wohlenkrieger zu mir! Die Diener der Nacht sind hier! So, während die kloppen, kloppe ich die... Feinde! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Ich höre! Es sind zu viele! Wir sind in Gefahr! So, jetzt kümmern wir euch um den Spawner. Spawn, bitte! Jetzt zieht euch mal etwas zurück, Elfen. Befehlt! Seid auf der Hut! Ihr auch. So. Mein Burgen für die Rune! Das hat jetzt ohne Verluste geklappt. Wenigstens was? Was? Dann hauen wir jetzt mal alles noch an Sammlern aus. Was ist euer Begehr? Nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sind in Gefahr! Sie kreisen uns ein! Auf meinen Befehl! So. Mein Burgen für die Rune! Auf meinen Kommando! Was soll ich tun? Wir haben wieder genug Wanderer hier. Mir nach! Kämpft Männer! Ja! Ja! Ja!